Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Ghost Recon White Lens mit dem Xestrus. Deckung. So, der Xestrus hat gerade mal ganz vergessen, dass wir das Spiel ja eigentlich spielen, um aufzunehmen. Ja, das ist richtig. Ist dann schon mal hier reingestapft und hat hier schon die ersten Gegner getötet, bis ich ihm dann sagte, hörst du mal bitte auf. Und deswegen sind wir jetzt hier schon da oben und Xestrus tötet schon wieder ganz fröhlich. Es ist, ja. Kann man hier eine Drohne starten oder sagt er, ihr seht, ihr seht ja schon wieder da unten. Ach, das ist doch kacke, ey. Die sollen aufhören damit. Kann man das irgendwie kaputt schlufen? Ach, das ist das Luftabwehrsystem, okay. Da hinten ist Strom. Wollen wir uns denn jetzt vielleicht mal um Strom kümmern oder immer noch nicht? Ja, können wir. Da sehe ich das Störsignal. Das kriegen wir aber von hier aus auch nicht kaputt geschossen. Das heißt, wir müssen jetzt hier runter und müssen uns an den Hütten, wo angeblich Gegner sind, vorbeikämpfen. So, und gerade beim Hochgehen habe ich schon gemerkt, dass man uns hier eh nicht sieht. Habe ich denn jetzt die Ork? Okay. Ich habe mir gedacht, ich spiele auch mal wieder mit meiner Ork, weil irgendwie habe ich in den letzten Tagen immer nur mit... Scheiß drauf, lassen wir es hochgehen. Oh, äh, da brauchen wir eine Menge Sprengstoff. Brauchen wir eine Menge Sprengstoff. Geht mich mal eben zu. Dip, di, dip, di, dip. Ich gucke mal hier rein. Ups, ich sehe gar nichts. Äh, wo ist er? Oh, das sind zwei. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ha, das war geschickt. Okay, es ist alles gut. Der Sack hat einen Helm aufgehabt. Scheiß die Band an. Aber echt mal. Der hat gedacht mit dem Helm. Richter hat geregelt hier. Aber ist nicht so. Ist falsch. Allerdings. So, für alle, die die letzte Folge gesehen haben und gedacht haben, wie ist es mit seinem Fieber weitergegangen. Wir haben direkt die nächste Folge jetzt im Anschluss gedreht. Ich habe ein bisschen Novalkin genommen. Ich bin ja Krankenpfleger. Ich weiß, was ich meinem Körper antue. Mhm. So einfach geht das. So, erstmal das Störsignal hier raus. Zertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Ja, absolut nicht. Aber ich weiß, dass Novalkin gegen Fieber hilft, also alles cool. Du kannst wieder Drohnen benutzen. Das habe ich dir mal ermöglicht. Wäre auch cool, wenn du das tust, damit ich ungefähr weiß, ob mich gleich hier irgendwas besucht oder nicht. So. Strom ist auch aus. Ach, ich habe das C4 nicht freigeschaltet. Scheiße. Hihi, ich aber. Ja, dann komm mal her zum U-Boot hier. Ja, ich will erst gucken, ob hier irgendwas ist. Äh, du-du-du-du-du-du. Hier ist ja gar nichts. Was ist denn los? Das ist ja voll langweilig. Ja, ich habe das schon alles erledigt. Warum? Weil ich es kann. Oh, toll, ey. Deswegen gehen unsere Einsätze so schnell vorbei. Weil wir nicht mehr zusammen spielen. Also schon, aber nicht mehr so wirklich. Weißt du, wie ich meine? Wir spielen zusammen, aber getrennt. Ja, das ist bedauerlich. Ja, es ist sehr traurig. So, wo ist der Prototyp? Hängt da oben. Ach, der... Alter! Und da kannst du keinen Granaten hochwerfen oder was? Ja, ich habe nur gedacht, mit C4 ist das eleganter. Granate fliegt. Oh, oh. So, stehlen sie die Baupläne. Sollen wir hier den Pant vernehmen? Warte mal kurz. Irgendwas ist da hinten noch. Au! Das hat meine Drohnen zerstört. Ja! Was ist das? Wo bin ich hier überhaupt? Warum bin ich denn hier unter irgendeinem komischen... Ja, du und der Pantzer, ihr seid gute Freunde, ne? Ich kann nicht, ich kann nicht als Fahrer einsteigen, weil du da wahrscheinlich schon drin sitzt. Nö, ich sitze jetzt als Schütze daran. So, jetzt kann ich. So. Ihr müsst deutlich mehr überzahlen sein. Das mag vielleicht sein, wenn wir haben Pantzer. Aber we've got a fucking Tank. So, wir fahren mal dahin, wo wir hin müssen. Uuuh! Uuuh! Ey, sag mal! Der fährt wie auf Kufen. Ernsthaft, ey. Ja. Geht gar nicht. Also Spur halten und so, weiß schon, wie das geht, ne? Aber halt doch den Mund, ey. Oh, das musst du kaputt machen. Das ist ein böses Auto. Ja. Schluss. Okay. Das war elegant. Da kommt noch einer. Das musst du auch kaputt machen. Hinter uns. Die sind zu nah. Jetzt krieg ich sie. Okay. Dann würd ich sagen... War's das schon? Scheint so. Zumindest fürs Erste. Ich denke, da würd ich ja noch mehr kommen. Ey, da schießt was. Wo? Weiß ich nicht. Aber ich find halt auch die Sachen nicht. Da oben? Muss man da runter, oder was? Da ist Munition. So, wir gehen mal ins Nachtsichtmenü. Ach, da hinten, du. Okay. Ich hecke den Computer. Wir haben die Info über als Ereplos-Forschung und unser Prototyp ist ausgeschaltet. Projekt erledigt. Gute Arbeit in Kalmanis. Ohne die U-Boote kommt über ein Drittel weniger Stoff in Florida an. Und was ist mit der Ausrüstung und den Info über als Ereplos-Prototyp? Jo, dann lass uns mal weg hier. Da hinten ist ein Heli. Okay. Müssen wir uns nur hinkämpfen. Komm ich irgendwo hin? Das wäre voll super. Ihre Infos haben uns geholfen, ihm auf die Schliche zu kommen. Ich schicke Ihnen gleich alles, was ich habe. Hier sollte einer sein. Da. Rück mal. Vogel. Okay. Weißt du, warum wir jetzt fliegen können ganz in Ruhe? Weil wir dem Helfer anthoffen, dass er uns zur ICD-Profe hat. Weil wir einen Panzer hatten. Weil ich Strom ausgemacht habe. Weil wir einen Panzer hatten. Weil ich Strom ausgemacht habe. Weil wir einen fucking Panzer hatten. M. So, wir sollen irgendwen erreichen, ohne entdeckt zu werden. Das ist ja unsere Spezialität. Oh, total. Die Stealth-Bahnhausen. Jane. Da sind wir die Besten drin. Ja. Oh, ich würde sagen, so ein Kilometerchen vorher ungefähr lande ich habe auch schon. Ah, ich gucke mal, ob ich da drüben auf der Insel bin, ne? So, irgendwo hier unten, hätte ich mir so gedacht. Und den Rest werden wir dann... Ach, ein Stückchen weiter, weil da, wo wir langen wollen, sind anscheinend... Ach, das ist schon wieder die letzte Mission! Wir haben schon wieder ein Gebiet durch. Oh mein Gott. Ach so, spring doch mal raus. Ja. So, auf geht's. Du hast mir keine andere Wahl hier mit deinen halsbrecherischen Stunts. Ja. So macht man das. 300 Meter. Dürfen wir Drohnen benutzen? Das wäre super lieb. Das wäre voll super. Gerade bei einer Mission, wo wir nicht entdeckt werden wollen. Wäre das echt... Würde ich das so feiern, wenn wir Drohnen benutzen würden. Das fände ich das top, ey. Warte mal. Ich schmeiß schon mal die erste Drohne los. Nicht das irgendwie hier... Okay. Ich Drohne alles, aber ich finde nichts. Ja, das war das Falsche. Ah, da ist aber genug. So viel kann ich dir sagen. Mit der Drohne habe ich nur nachts. Ich das... Ah, sieh. Wärmebild habe ich anscheinend nur mit... Nicht-Drohne. Wärmebild-Kamera. Es gab mal ein Spiel. Ich weiß gar nicht, welches das war. Ich glaube, irgendein Call of Duty. Oh, hier ist ein Wrack. Hier ist ein Dings runtergekommen. Abgestürztes Flugzeug. Ich glaube, irgendein Call of Duty. Da bist du am Anfang, in einer der ersten Missionen... ...bist du mit einem Nachtsichtgerät über so ein Feld geflogen... ...und hast du einfach alles niedergeballert, was sich dazu zeigt. Da wurde sehr kritisch drüber gesprochen... ...ob man das so machen kann, weil man ja nicht sieht, ob man da irgendwas Böses tötet... ...oder warum fährt der Typ denn weg da? Weiß ich nicht. Ähm... Was ist das für eine Scheiße? Verfolgen Sie... Das Ziel ist zu weit entfernt. Ja, cool! Alter! Wie soll man das denn machen? Was ist das denn für ein Bullshit? Einsatz fehlgeschlagen. Sie waren zu weit entfernt. Okay. Fucking hell. Äh... Ist der jetzt irgendwie aufgeweckt worden oder so? Weil der war ja in diesem Bullshit. Oder ist der gefrigert dadurch, dass wir zu nah dran waren? Das kann sein. Ist das so ein Event, das der dann abhaut? Aber wie sollen wir dem dann folgen? Wo sollen wir denn jetzt ein Auto herholen? Ja, da stehen genug. Ach, hör auf! Da sind doch keine Autos zu sehen. Da waren nur Helikopter. Ja, dann lass uns mal hier außen so ein Auto holen oder was? Oder wie soll das jetzt laufen? Hast du jetzt auf mich geschossen? Nein! Irgendwie ist hier gerade eine Blume neben mir exkludiert. So, wo soll der Typ sein? Er soll irgendwo hier sein oder was? Da ist der Helfer. Haltet Abstand und sorgt verdammt nochmal dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu Elsa Debra führen. Ja, der haut ab wieder. Okay, dann müssen wir ein Auto. Wo bist du? Komm! Ohne entdeckt zu werden. Ja, läuft nicht so. Was? Wie soll man das denn machen? Hubschrauber? Ja, aber damit entdeckt er uns doch auch, oder? Vor allen Dingen wird er ja automatisch... Also, das Event startet ja automatisch. Aber ich glaube, da stand direkt daneben ein Hubschrauber, ne? Ja, ja, genau. Oh Mann, ey. Lass mich mal kurz auf die Map gucken, dann... Oder sollen wir uns direkt einen Hubschrauber von hier holen? Weil hier drüben steht einer. Ja, komm, dann machen wir das so. Den da, ne? 600 Meter entfernt, ich glaube, der hackt, ey. Aber warte, damit sehen die uns doch sofort. Wenn die jetzt gerade wahrscheinlich schon... Ja, komm, wir können ja da rein und dann diesen Hubschrauber, der direkt daneben in Autos steht. Nehmen. Weil jetzt 600 Meter in die Richtung rennen, das wird jetzt nicht so spannend. Hm. Merkwürdig. Merkwürdiges Event. Hm. So, der Hubschrauber ist irgendwo da hinten, ne? Wo ist der Hubschrauber? Der ist doch da direkt bei ihm, oder wat? Wir wissen, wo El Cerebro's Chefassistent ist. Äh, der war hier irgendwo? Ja, der ist wohl nicht hier. Binden Sie den Assistenten und bringen Sie mir El Cerebro. Da vorne ist er. Jo. Aber ich glaube, der ist... Ich glaube, hier sind ein paar Menschen. Ja, ich bin aber im Heli. Okay. Ich auch. Bist du drin schon? Okay, komm. Äh. Wir sind gesehen worden. Ja, fuck off. Ey, sag mal, wie soll man das denn machen? Also das geht auch nicht. Vielleicht da, wo der Lang fährt, hinten warten? Ja, aber dann sieht er uns auch. Das ist ziemlich verwirrend auf jeden Fall jetzt. Ja, das ist auch recht, ja. Also warte mal. Der fährt ja... Hier... Wo fährt der denn lang? Hier unten, ne? Und dann hier... Über die Brücke, oder was? Na, da steht, erreichen Sie El Cerebro, ohne entdeckt zu werden. Also... Vielleicht sollten wir irgendwie so in die Richtung, zu dem Punkt da, versuchen von da aus das Event auszulösen, uns da irgendwo verstecken und dann mit dem Auto hinterher zu fahren. Weiche? Weiche, wie ich meine. Da ist das Wrack. Da ist Wrack. Ja, super. Sehr schön unterwegs. Und ich kann nicht rennen. Klasse. Ziel getötet? Alter! Warum? Der sitzt alleine in dem Auto. Ja, weil der jetzt eh abgehauen wäre. Witzlos. Hm. Hm. Verwirrend. Diese ganzen... Also wenn du dich so auf 40... Wenn du dich auf 40 Meter näherst, startet dieses Event offensichtlich. Also müssen wir erstmal drumherum aufräumen, oder was? Ja, würde ich auch sagen. Ja, dann pack mal dein Scharfstützengewehr aus. Ha, 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 ha. Ich hab noch einen Tango. Tango getroffen. Ich war schneller, ich war schneller. Ich hab den rechten erwischt. Ja, und ich den anderen. Und du hast noch versucht, auf ihn zu schießen. Ah, ja, das stimmt. So, jetzt geh um Gottes Willen nicht zu nah an den Typen ran. So, wo ist der Typ jetzt? Das Ding ist, selbst die Drohne löst den, glaube ich, schon aus. So, die Frage ist, von wo haben die jetzt gesehen, dass wir losgefahren sind? Also, in den Heli gestiegen sind, gerade. Ah! Nein, ich will nicht Beifahrer sein! Nein! Fahr dem einfach mal hinterher, wenn du es schaffst. Ich fahre. Komm! Wo fährt der hin dann? Straßenkrieger! Ich hasse diese Steuerung, ne? Okay, ich bin dran. Okay, bleib einfach dran, bleib einfach dran. Wir sind mitten, ich bin mitten im Unidat-Lager. Das ist ja auch geil. Okay. La, 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 la. Das Problem ist, der fährt so scheiße langsam, der Typ, ne? Ist ja auch kaum auffällig, dass so ein Wagen mit einer dicken, fetten, äh, Maschinenpistole oben auf dem Dach hinter dem herfährt. Als einziges Auto mitten in der Nacht. Du bist im Auto hinter uns? Mhm. Sehr schön. Du solltest ja aufholen, ne? Ja, der so schnell fährt, der jetzt echt nicht. Ups. Der fährt eher sehr, sehr langsam und gemütlich. Also, ein gutes Stück des Weges habe ich geschafft, ihm, äh, zu Fuß auf den Fersen zu bleiben. Ja. Ich glaube, das ist sogar machbar. Oh. Das ist sein Haus. Wenn es der Räber da ist, schnappen wir ihn uns. Aber lebend verstanden. Okay. Gut. Lebend. Ist klar. Oh, Vorsicht. Aber you, we can drone. Nein, wir können nicht. Doch. Meinen nicht. Ich kann drohnen. Das ist gut. Ich nicht. Was soll das? Da ist ein Alarm. Ich hab ein Alarm gespottet. Das ist meins. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich kümmere mich um den Alarm. Da ist der... Da ist der Störer! Es funktioniert nicht. Warum... Warum kannst du? Du darfst gar nicht können. Alarm ausgeschaltet. Die sehen uns. Machst du Lärm da vorne? Nee, eigentlich nicht. Alarm ist doch ausgeschaltet. Was soll das? Die müssen irgendwo noch einen Alarm haben. Au, ich bin down. Ja, und wir sollen auch irgendjemanden von diesen Genossen da, lebend da rausholen. Aus der ganzen Geschichte. Das wird ja auch lustig. Ich bin gespottet. Äh. Vorsicht. Vielleicht mal wieder aufs Sturmgewehr wechseln. 400 Meter bis zum Ziel und die sind alle in Alarmbereitschaft. Ähm. Was ist... Da kommt ein Heli. Das wird ja mal wieder lustig. Ich bin tot. Komm, beweg deinen 99 Meter. Lauf nicht vor mir weg. Hol mich. Ich laufe hier in so eine Patrouille rein. Geschickt. Ja. Ja. Hier oben bei mir auf dem Dach ist einer. Der ballert ganz ordentlich auf dich. Ja, ich merke das selber. Und da ist ein Tafschütze. Der ballert auch auf dich. Jetzt nicht mehr. Ist der auf dem Dach auch. Ja, ich bin auch down. Das war ein bisschen too much. Das war ein bisschen too much. Ja. Ich würde auch sagen, da wir uns an der Mission wahrscheinlich ein bisschen sneaky verhalten müssen. Ja. Und wir jetzt schon wieder... Das ist die erste, die wir nicht fertig kriegen. ...23 Minuten rum haben in der Mission hier. Würde ich sagen, die letzte Mission der Dings verschieben wir dann auf die nächste Folge. Ja, das ist richtig. Scharfschütze, oben auf dem Tor. Aber der musste noch sein. Okay. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben. Da abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Da drüben sind ein paar Videos zu sehen. Und ansonsten sage ich wie immer... Bis denne. Schlaft gut, Kinder.